Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Sabine Schatz. Sabine Schatz aus Ried in der Riedmark, Oberösterreich, SPÖ. Sehr geehrte Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kollege Gerstl, wir lernen hoffentlich aus den Fehlern der Vergangenheit und wir haben uns den Spiegel sozusagen genau vor die Nase gehalten und geschaut, was nicht funktioniert hat in diesem alten BVT, weil als Mitglied des BVT-Untersuchungsausschusses in der letzten Gesetzgebungsperiode war relativ rasch klar, dass wir ein Problem in diesem Amt haben und das ist neben den vielen strukturellen Problemen, die es im BVT generell gegeben hat und da muss ich Ihnen auch den Spiegel vorhalten, das ist auch ein Problem von 20 Jahren oder fast 20 Jahren ÖVP-Herrschaft und Personalpolitik in diesem Amt und das resultiert natürlich in der rechtswidrigen Razzia eines Bundesinnenminister Kickl, die letztlich jegliches internationales Vertrauen in unser BVT verwirkt hat. Und drastisch vor Augen geführt, und auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, wurde uns dieser Reformbedarf letztlich auch bei diesem dramatischen Terrorattentat im November des letzten Jahres. Und die Neuaufstellung des Verfassungsschutzes liegt uns nun vor und dass wir dringend einen gut funktionierenden Verfassungsschutz brauchen, das zeigt uns auch die letzten Monate und Jahre, die uns drastisch vor Augen geführt haben, dass wir eine Gefahr für die innere Sicherheit nicht nur durch den islamistischen Terror haben, sondern auch durch den organisierten Rechtsextremismus. Und Herr Innenminister, ich halte das für gut und richtig, dass Sie diese Gefahr auch jetzt so öffentlich benennen. Wir haben ja gesehen, dass es tatsächlich eine Gefahr für die innere Sicherheit in diesem Bereich gibt, schon alleine durch die vielen Waffenfunde in den letzten Monaten in diesem Bereich. Und als SPÖ, und ich glaube, da kann ich aber auch für alle Parteien reden, war uns in dieser Neuaufstellung für den Verfassungsschutz eine wirkliche und echte parlamentarische Kontrolle von Anfang an in den Verhandlungen wichtig. Und ich glaube, was uns hier gelungen ist, das ist wirklich eine parlamentarische Kontrolle in einer noch nie dagewesenen Form. Und da möchte ich wirklich herzlich Danke sagen und allen gratulieren, die zu diesem Verhandlungserfolg tatsächlich wirklich beigetragen haben. Ich glaube, darauf können wir tatsächlich stolz sein. Alles in allem stehen wir vor großen Herausforderungen für die innere Sicherheit. Wir brauchen Maßnahmen in vielen Bereichen. Und ein gut ausgestatteter, ein vertrauenswürdiger und ein funktionierender Verfassungsschutz ist dabei ein ganz wesentlicher und wichtiger Baustein. Herr Innenminister, in der Umsetzung sind Sie jetzt sozusagen am Zug. Wir unterstützen, wo es notwendig ist und wo wir sozusagen unterstützen können. Ich möchte aber meinen heutigen Redebeitrag auch noch nutzen, um auf ein ganz anderes historisches Ereignis hinzuweisen. Heute vor 30 Jahren, am 8. Juli 1991, hat Bundeskanzler Dr. Franz Franitzki hier im Parlament eine wirklich historische Rede gehalten. Er hat sich erstmals zur Verantwortung, zu unserer Verantwortung als Österreicherinnen und Österreicher für die Verantwortung, für die Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus bekannt. Diese Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren, heute aufzunehmen, wahrzunehmen und dafür alles zu tun, damit sich derartiges nicht wiederholt, das nie wieder großzuschreiben, das ist unsere Aufgabe. Herzlichen Dank und alles Gute. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank.